Das ist das Reizvolle hier, dass man gar nicht so sehr dogmatisch denkt. Es ist sicher ein Vorteil, weil man gerade eben auf die Art und Weise auch viele Entdeckungen macht. Für uns ist es aber hier die Gelegenheit, die Vielfältigkeit der Szene kennenzulernen. Ich merke immer den direkten Effekt und das ist sehr reizvoll.